Hi, ich bin Patrick von Fundoino, das ist der Fundoino Cube und mit ihm kannst du innerhalb von einem Tag programmieren lernen. Komm, ich zeig dir, wie es geht. Nachdem wir im letzten Video die zweite Lektion durchgearbeitet und einen Taster programmiert haben, werden wir nur zur dritten Lektion gehen und schauen uns den Bewegungsmelder auf dem Cube an. Die Aufgabe lautet wie folgt. Lese das Signal des Bewegungsmelder auf deinem Cube aus und lasse die rote LED aufleuchten, wenn eine Bewegung erkannt wird. Wie immer gehen wir zuerst in die Roboter-Konfiguration. Als nächstes klicke auf den Menüpunkt Sensoren. Der Bewegungsmelder heißt hier Bewegungssensor HCSR501. Das ist die genaue Typenbezeichnung des Sensors. Ziehe den Block nun in unsere Konfiguration. Jetzt sollte es so aussehen. Nun geben wir dem Block einen Namen. Dies machen wir in dem ersten hellen Feld. Damit wir den Überblick behalten, nehmen wir hier Bewegungsmelder. Top, als nächstes müssen wir noch den Output definieren. Schaue dazu mal auf deinen Cube und da wirst du sehen, dass an dem Bewegungsmelder D8 steht. Dies tragen wir nun im zweiten hellen Feld ein, also D8. Damit haben wir die Konfiguration für den Sensor abgeschlossen. Aber es fehlt ja noch in der Leuchtdiode. Diese fügen wir noch hinzu, benennen diese mit Rot und geben der LED den Pin D12. Gehen wir jetzt in den Programmablauf. Die Aufgabe besagt, dass die rote LED leuchten soll, wenn der Sensor eine Bewegung erkennt. Moment mal, wie kann so ein Sensor denn überhaupt eine Bewegung erkennen? Ein solcher Bewegungssensor arbeitet mit Infrarotwellen. Sobald eine Wärmequelle, also zum Beispiel eine Hand oder auch ein Tier, in die Nähe des Sensors kommt, dann erkennt der Sensor die Veränderung der Infrarotstrahlung und gibt ein Ausgangssignal aus. Nähern sich Gegenstände aus, zum Beispiel Kunststoff oder Holz, die keine eigene Wärmequelle haben, dann erkennt der Sensor diese nicht. In den Programmablauf also. Wenn eine Bewegung erkannt wird und der Sensor ein Ausgangssignal ausgibt, soll die LED leuchten. Ansonsten nicht. In der Lektion zuvor haben wir bereits unter dem Menüpunkt Kontrolle die verschiedenen Bedingungen kennengelernt. Welche könnten uns bei dem Programm behilflich sein? Korrekt, es ist die Wenn-Sonst-Bedingung. Oder auch If-Else-Bedingung genannt. Diese ziehen wir also in unsere Programmschleife. Wunderbar. Nun müssen wir noch den Bewegungsmelder hinzufügen. Dieser ist auch hier im Menü Sensoren zu finden. Hier finden wir den Block Bewegungssensor HC-SR501, dem wir den Namen Bewegungsmelder gaben. Diesen ziehen wir hinter das Wenn. Wenn der Sensor eine Bewegung erkennt, dann soll die rote LED leuchten. Also ziehen wir die rote LED in unser Programm und geben den Befehl, dass die LED leuchten soll. Sonst soll die LED nicht leuchten. Also nehmen wir erneut einen Block für die rote LED, setzen diesen hinter das Sonst und klar, dazu der Befehl, dass die LED ausgeschaltet werden soll. So, jetzt einmal hochladen und ausprobieren, ob es funktioniert. Sehr gut, so soll es aussehen. Du machst wirklich große Fortschritte. Probiere dich gerne weiter aus und lasse deiner Kreativität freien Lauf. Hier eine kleine Extraaufgabe. Wie müssen wir vorgehen, wenn wir erreichen möchten, dass immer eine rote LED leuchtet, wenn eine Bewegung erkannt wird und eine grüne LED leuchtet, wenn keine Bewegung erkannt wird. Sonst soll es das erstmal gewesen sein. Im nächsten Video machen wir uns dann an die vierte Lektion und beschäftigen uns mit dem Lautsprecher. Hat dir das Video gefallen? Dann abonniere doch diesen Kanal und drücke die Glocke, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Wir freuen uns auch immer über Fragen, Kommentare und konstruktive Kritik, damit wir unseren Channel stetig verbessern können. Bis dahin, auf Wiedersehen.